Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, dem Podcast für Bergsteigerinnen und Bergsteiger. Heute in der Episode Nummer 10 des Alpcasts, da sprechen wir über das Thema technischer Fortschritt, wie ihr schon im Titel sicherlich gelesen habt. Technischer Fortschritt, das ist ja etwas oftmals sehr strittig besprochenes im Bergsport oder beim Bergsteigen und trotzdem hat sich da in den letzten Jahrzehnten ja sehr viel verändert. Ich möchte vor allen Dingen darüber sprechen, wie sich das denn so in den letzten Jahrzehnten verändert hat, wie sich die Technik denn so weiterentwickelt hat, ganz egal ob man jetzt von der Ortungstechnologie zum Beispiel sprechen möchte, aber auch der Technologie beim Klettern, es geht vor allen Dingen eben um Ausrüstung und vor allen Dingen um Möglichkeiten, wie man sich sicherer fortbewegen kann. Und dann zuletzt ist natürlich die Frage spannend, ist das denn alles so notwendig, wie wir das heute haben oder würden manche Dinge sogar gar nicht fehlen, wenn wir sie nicht hätten und würden vielleicht sogar unseren Alltag am Berg etwas angenehmer gestalten. Da gibt es ja dann unterschiedliche Meinungen, die man haben kann. Ich freue mich natürlich immer wieder, wenn ihr wie immer, wie ihr das ja so oft und fleißig tut, gerne eure Meinung entweder an kontakt.alpenacademy.at oder in die YouTube-Kommentare unter dem Videopodcast. Dann einfach reinschreibt und ihr sagt mir dann so, was eure Haltungen, Meinungen und Positionen in dem Thema sind. Das kann ja ganz unterschiedlich sein. Na gut, starten wir doch mal rein. Wie kam es denn zum technischen Fortschritt? Wo beginnt diese Reise denn? Wir haben uns ja schon mal sehr ausführlich bei Herstellern und Co. Da ging es in dieser Episode um die Felshaken, um die Bühlerhaken und so weiter. Wie kam es denn zur Entwicklung von neuer Ausrüstung und so weiter. Deswegen, ich möchte da jetzt gar nicht mehr so weit ins Detail gehen. Das haben wir ja schon mal besprochen. Aber was wir noch nicht so besprochen haben ist, wie viele kleine Schritte es denn da in der Vergangenheit gab. Und da fallen mir zuerst die 20er bis 60er und 70er Jahre ein, wo Nagelschuhe, Hanfseile und das war es eigentlich. Doch Felshaken gab es auch schon den ein oder anderen, beziehungsweise gewisse Prototypen, die da eingesetzt wurden. Oder eben auch den Bühlerhaken. Diese drei Gegenstände und zusätzlich noch der Holzpickel. Also das war ein Metallpickel quasi. Die Haue war schon aus Metall, aber der Stiegel war natürlich aus Holz. Und das war im Prinzip die gesamte Ausrüstung, die ein durchschnittlicher Bergsteiger damals so hatte. Es gab keine Friends, keine Keile, es gab keine Plastikseile, es gab keine Bohrhaken in den Wänden. Und so hat man sich eben relativ unsicher und relativ gefährlich fortbewegt. Und diese Gefahr hat auch zu sehr viel Respekt gegenüber dem Berg geführt. Und dadurch waren die Erstbesteigungen, die Rekordbesteigungen, vor allen Dingen die dramatischen und sehr, sehr spektakulären Ereignisse in den Bergen relativ, ja, ich würde schon fast sagen selten, also so richtig häufig kam das nicht vor, dass da neue Meilensteine gesetzt wurden. Das ist dann erst passiert, als in den 90ern und in den 2000ern, aber teilweise auch schon in den 70ern und 80ern, Hartschalenschuhe oder Schalenschuhe Einzug gehalten haben. Aber auch da kam es dann teilweise noch zum Einsatz von Nagelschuhen, also nicht alle hatten die finanziellen Möglichkeiten, sich da so auszustatten. Dementsprechend ist das ja ganz spannend, wie sich das entwickelt hat. Und nachdem wir von Hanfseilen, Felshaken und dem Holzpickel abgekommen sind, passierte ja eigentlich was Spannendes. Denn einerseits wurde die technische Ausrüstung immer weiter verbessert, andererseits hat man aber auch versucht, andere Elemente von anderen Sportarten zum Beispiel, aber auch sehr viel aus dem militaristischen Sektor irgendwie in den Bergsport mit einfließen zu lassen. Zum Beispiel die gesamte Campingtechnologie, die ist eigentlich ein Ursprung, also im ursprünglichen Sinne sehr viel aus dem militärischen Sektor stammend. Da wurde sehr viel fürs Militär entwickelt, sehr viel für Soldaten entwickelt, die irgendwo im Gelände überleben müssen, übernachten müssen und so weiter. Da hat man sich dann relativ viel abgeschaut. Gerade dieser Outdoor-Camping-Bereich und so, der basiert maßgeblich auf der Technologie, die in Armeen und Co. eingesetzt wird zum Überleben. Also zum Beispiel auch diese Sparte Bushcrafting und wo man versucht, so ein bisschen ein Survivor oder Survival-Camps draußen zu machen. Da ist viel von der Ausstattung auch aus der Bundeswehr, dem Bundesheer, wie auch immer. Und das bedeutet, der technische Fortschritt im Bergsport, der hat sich nicht dadurch gebildet, dass irgendwer gesagt hat, er möchte jetzt mehr Fortschritt in den Bergsport bringen, sondern die Bergsteiger haben sich so ein bisschen an den verschiedenen Ressourcen des Lebens bedient und aus verschiedenen Sparten und Branchen sich die Rosinen herausgepickt und versucht, so für sich die bestmöglichen Mittel und Ressourcen zu finden, mit denen sie den Bergsport sicherer, aber vor allen Dingen auch erstmal möglich machen können. Denn teilweise waren Dinge einfach so gefährlich und so irrsinnig, dass sie eigentlich in der Praxis gar nicht umzusetzen waren, wodurch sich dann eben viele neue Möglichkeiten in den 70ern und 80ern ergeben haben. Und gerade die Erfindung der stabileren, robusteren Seile, der Kunstfaserseile, die hatte einen großen Vorteil. Denn es war früher allgemein bekannt, dass das Hanfseil zwar, es ist zwar ein Seil und es hält einen am anderen, aber in der Realität war es dann doch so, dass diese oftmals reißgerissen sind und dann letztlich eben keinen relevanten Effekt mehr hatten. Sie waren einfach viel zu statisch, denn selbst wenn das Seil gehalten hat, oftmals hätte die eigene Wirbelsäule schlapp gemacht. Insofern war das Hanfseil ja fast nur ein Provisorium und fast nur eine Notlösung, die man sich zur Hand genommen hat, weil man einfach nichts Besseres hatte. Die Kunstfaserseile, die haben da dann einen großen Unterschied gemacht. Die haben da dann wirklich viel Innovation auch in den Bergsport per se reingebracht. Heute, ja heute, da geben wir uns nicht mehr mit der Tatsache zufrieden, dass wir einen Kunstfaser statt ein Hanfseil verwenden. Wir brauchen überall natürlich die neueste und modernste Technologie. Vorher können wir gar nicht in die Berge gehen, ist ja unmöglich. Also, hallo, wer kann denn heute noch ohne 1000 Euro Ausrüstung bergsteigen? Also, das geht ja gar nicht, ne? Ja, klar. Aber tatsächlich ist es so, und das ist jetzt mal ganz ironiefrei, dass heute Funktionswäsche, Friends, Keile, die klassischen Wanderstöcke, spezielle Trinksysteme und vieles, vieles mehr, ganz klar die Plastikschuhe, die leichten Lederstiefel und so weiter, all diese Dinge haben so dramatisch dazu beigetragen, dass wir im Bergsport heute so viel mehr Komfort genießen. Diese Dinge sind heute tatsächlich selbstverständlich und ich würde niemandem raten, sie wegzulassen, denn alle Ressourcen, die man zur Verfügung hat, könnte man ja auch nutzen oder kann man auch nutzen. Und vieles davon hat überhaupt keinen Nachteil, sondern nur einen Vorteil für uns als Bergsteiger. Und deswegen bin ich froh, dass die technische Entwicklung da so vorangeschritten ist. Und vor allen Dingen Anfang des 20. Jahrhunderts, vor allen Dingen die Mitte des 20. Jahrhunderts, die die Plastikverarbeitung wirklich bis ins Detail optimiert hat. Diese Zeit war wirklich hauptverantwortlich dafür, dass wir heute im Bergsport so viele ultraleichte und trotzdem so unglaublich robuste, stabile und sichere Materialien einsetzen können. Und vor allen Dingen so vielseitige. Also der Kunststoff per se als Ganzes, als Gruppe betrachtet, ist ja wahnsinnig vielseitig und dementsprechend auch vielfältig einzusetzen. Und das bringt uns heute viele Vorteile von der Funktionswäsche bis zu den Schuhen, bis zu den Stöcken, bis zu und so weiter. Also unzählige Einsatzmöglichkeiten. Insofern ganz toll, dass es das gibt. Und das Spannende ist natürlich, dass diese Dinge ja nicht alleine geblieben sind. Über die Zeit hat sich ja auch, wie ich eben gerade angesprochen habe, wir haben uns ja als Bergsteiger doch etwas auch aus dem militärischen Sektor abgeschaut. Und so die ganzen Camping-Geschichten und so weiter, die stammen ursprünglich viel aus dem militärischen. Und so hat man das auch heute gemacht. Ich meine, heute schauen wir uns vielleicht nicht mehr so viel vom Militär ab. Das haben die Bergsteiger heute Gott sei Dank auch nicht mehr notwendig, da wir so eine perfekte Infrastruktur haben und auch so viele gute Firmen, die sich bereits mit einer idealen Umsetzung solcher Produkte wie zum Beispiel Kochern und Isomatten, Zelte und so weiter beschäftigen. Aber wir schauen uns heute in anderen Bereichen um. Wir beschäftigen uns heute mit der Ausstattung, die zum Beispiel in der Navigation verwendet wird. Denn heute ist die größte Herausforderung auf Bergen, die vielleicht keine fixen Wege haben oder die keine bestimmten Aufstiegsrouten haben, natürlich die Navigation. Also das Überleben ist mittlerweile ja relativ gut abgedeckt. Aber die Navigation im Neuland, die ist immer noch sehr schwierig. Und auch wenn es Wege gibt, dann gibt es vielleicht mal sehr, sehr viele Wege, die in sehr unterschiedliche Richtungen führen, sehr schlecht markierte Wege und so weiter. Das heißt, die Bergsportwelt hat sich ein wenig an der Navigation bedient. Und da fällt mir natürlich eine Firma ein, die eigentlich ihr Hauptgeschäft mittlerweile mit Sportlern macht. Nicht unbedingt Bergsportlern, aber Sportlern. Und das ist die Firma Garmin. Denn Garmin, die kommen ja eigentlich aus der Flug- und, also aus der Luftfahrt und aus der Schifffahrt. Und diese Firma ist mittlerweile kaum noch jemandem für wichtige Radarsysteme in der Luftfahrt bekannt, sondern den meisten ist sie eigentlich als Sportuhrenhersteller bekannt. Dabei verdient Garmin ihr das Hauptgeld immer noch mit der Luft- und der Schifffahrt. Aber das mal nur so nebenbei erwähnt. Diese ganzen Fitnessgeschichten, die haben sich ja mittlerweile eben auch im Bergsport etabliert. Und das auch unter anderem zur Navigation. Also wenn ich mich so umhöre in meinem Umfeld, da fragen viele nach Uhren zur Navigation in den Bergen. Und diese Frage, die erscheint natürlich berechtigt. Denn man muss sich überlegen, die Navigation mit Kompass und Karte, die liegt mittlerweile auch schon Jahre zurück, dass das aktuell war. Da haben sich die GPS-Geräte währenddessen eingeschlichen, die ebenfalls eigentlich eher aus dem militärischen Sektor ursprünglich kommen und dann auch so ein bisschen aus dem Survival-Sektor kommen und aus der Navigationsbranche eben. Und jetzt das eben dann in den 2000ern in den Bergsport geschafft haben. Natürlich vollkommen berechtigt. Das sind ja Dinge, die uns das Leben absolut erleichtern. Und so haben es jetzt eben die GPS-Uhren auch gemacht, die uns jetzt eben noch verlässlicher und vor allen Dingen noch einfacher navigieren können als Kompass und Karte, weil da müssen wir uns einmal nur das Handgelenk drehen und wir kennen uns eigentlich schon aus. Und jetzt ist die Frage, wohin geht denn die Reise in der technischen Ausrüstung? Wenn wir das vergleichen, jetzt überlegen wir, machen wir doch mal ein Bild. Zeichnen wir zwei Bilder nebeneinander. Da haben wir einmal den Bergsteiger im Jahr 1920, 1925. Gerade wurden erste Felshaken, Mauerhaken entwickelt, die man sich selbst geschmiedet hat. Man wusste nicht so wirklich, was sie aushalten. Man wusste nicht, wie dick müssen die sein, damit sie mich halten, damit sie nicht brechen und so weiter. Man kannte keine Lasten. Es gab keine Normierungen oder sonst was. Diese Dinger waren öfters selbst gemacht. Der Bergsteiger und sein Partner, die waren beide in Loden gekleidet, ganz schlicht, ganz simpel. Es war unfassbar kalt in den hohen Höhen, weil die Loden einfach auch nicht sehr gut mit Feuchtigkeit umgehen konnten. Und sie hatten ein Hanfseil dabei als Verbindung, hatten genagelte Schuhe. Die Schuhe hatten zweieinhalb bis vier Kilogramm, je nachdem, was für eine Ausführung sie da anhatten und wie stabil und robust der Schuh war. Und ja, das war natürlich eine ziemliche Herausforderung, da auch schon die kleinsten Berge zu besteigen. Und mit denen haben sie dann teilweise Kletterrouten im sechsten Grad auch noch schaffen wollen. Und das war natürlich unglaublich gefährlich. Sie wussten, dass das alles ein großes Risiko mit sich bringt. Und jetzt haben wir das zweite Bild daneben, das ist heute der Bergsteiger mit einem ultraleichten Bergrucksack, 30 Liter, wiegt aber nur 600 Gramm. Da drin ist ein Seil verstaut, das kann im Prinzip jede Situation halten. Es ist extrem dynamisch, es fängt den Körper gut auf, es ist sicher, es ist gut geprüft. Man klettert entlang von Bohrhaken, die entsprechenden Normen dafür unterliegen, dass sie auch wirklich sicher sind. Die werden dann in der Massenproduktion produziert, die werden da dann günstig verkauft, im Fels verschraubt. Und so kann man dann sich über eine ultraleichte Aluminiumkarabiner mit Expressschlingen regelmäßig sehr gut absichern, sodass einem beim Alpinklettern oder beim Klettern, sagen wir es mal so, überhaupt nichts mehr bis relativ wenig passieren kann. Es gibt unglaublich leichte Inmoldhelme, die so unglaublich wenig wiegen, dass man sie gar nicht mehr merkt am Kopf. Und die Kletterschuhe sind heute so perfekt und präzise gebaut, dass man damit kleinste Tritte ansteigen kann, die man vielleicht teilweise gar nicht vernünftig greifen könnte. Das sind zwei Bilder, die man so nebeneinander halten kann. Und jetzt war das vielleicht ein bisschen aufs Klettern bezogen, aber jetzt schauen wir uns das ganz normale Bergsteigen an. Da gibt es heute viele Berge, die über Klettersteige versichert sind und dementsprechend ist es auch schon viel sicherer und einfacher geworden. Man kann sich regelmäßig an einem Seil festhalten. Die Klettersteigsets werden nur noch eingehängt zur zusätzlichen Absicherung. Das gab es natürlich im ersten Bild alles gar nicht. Stahlseile am Berg, sehr ungewöhnlich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Gebirge. In den Dolomiten hat es dann kurz mal auch angefangen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass man gelegentlich Stahlseile in leichteren Steigen vor allen Dingen in den Tälern oder nahe den Tälern finden konnte. Denn diese Stahlseile und diese ganzen Stifte, die man da eingeschlagen hat, dann hochbringen auf den Berg, das hat ja auch niemanden so wirklich Spaß gemacht. Und deswegen ist das auch relativ selten passiert. Heute werden im Zweifelsfall die ganzen Materialien mit dem Hubschrauber hochgeflogen, werden da abgelegt und dann kümmern sich ein paar Bergsteiger und Affine in dem Bereich dann darum, dass das alles verbaut wird. Ja und so schweben wir zwischen zwei Welten, aber im Prinzip, wir leben ja in der heutigen Welt und deswegen wissen wir jetzt auch ungefähr, wie es denn hier so aussieht. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, gibt es da auch Entwicklungen, wo man sagen könnte, oh, 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 das ist aber irgendwie schon etwas eigenartig. Und ich bin der Meinung, ja, es kann natürlich sein, dass ihr da ganz anderer Meinung seid. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie gesagt. Aber ich bin der Meinung, naja, es gibt zum Beispiel die Weiter-, also diese Entwicklung des Live-Trackings. Also dass wir uns mit GPS-Geräten tracken können, das finde ich großartig. Das ist eine große Hilfe in der eigenen Orientierung, aber auch im Notfall, wenn wir unsere Position durchgeben müssen, da ist das eine große, große Hilfe. Klar, selbstverständlich. Aber dieses Live-Tracking, das ist nochmal was anderes, denn da teile ich über mein Smartphone beispielsweise die ganze Zeit meine Position mit meinen Freunden oder mit meiner Community, sage ich mal, und die können mich dann dabei anfeuern. Und ich finde, das ist irgendwie eine skurrile Entwicklung, denn wenn man das Bergsteigen jetzt mal nicht aus sportlicher Sicht betrachtet, sondern aus alpinistischer Perspektive, wo wir auf Abenteuer gehen wollen, wo wir Dinge erleben wollen, die wir in der Zivilisation und nicht erleben können. Zum Beispiel aber auch die Einsamkeit, die ist ja auch Teil des Alpinismus, dass wir eben ausgesetzt sind, vor allem der Natur, aber auch uns selbst, vielleicht auch noch mit einem Bergpartner oder so, aber definitiv genießen wir nicht die Sicherheit einer großen sozialen Gruppe. Und das ist ganz spannend, dass wir versuchen, die Sicherheit einer großen sozialen Gruppe, die wir quasi aus der Zivilisation, aus dem Tal kennen, versuchen mit in die Berge zu nehmen und da sozusagen nicht nur teilhaben zu lassen, sondern auch noch angefeuert zu werden zum Beispiel. Und ich fand das damals so spannend, als die Firma Runtastic in deren App, in deren gleichnamiger App, mittlerweile heißt die Firma ja nicht mehr Runtastic, sondern es gehört Adidas, aber das nur mal so nebenbei. Und ich fand das ganz seltsam, diese Entwicklung, als sie damals dieses Live-Tracking, glaube ich, das hat ja einen eigenen Namen, entwickelt haben. Denn da konnte man sozusagen seinen Freunden oder seinen Verbindungen, die man da in der App hatte, live dabei zusehen, wie sie irgendwo laufen gehen oder Fahrrad fahren gehen oder was auch immer. Und dann konnte man sie während dieser Aktivität über einen Button anfeuern. Und dann haben diese Leute, die da gerade diese Aktivität gemacht haben, über die Kopfhörer oder auch über den Handylautsprecher dieses Anfeuern gehört. Und ich fand das irgendwie skurril, weil ich mir dachte, das kann man ja im Berg theoretisch auch machen, aber das wird sicher keiner machen. Das habe ich mir damals gedacht, ja, das ist für Läufer ja ganz cool. Das ist sozusagen, wie wenn man einen Marathon laufen würde und die Leute stehen auf der Seite und feuern einen an. Das ist ein gutes Gefühl, das motiviert einen, ja. Aber am Berg, da wird das keiner machen. Das sind ja alles Bergsteiger, die wollen ja quasi eher ihre Ruhe haben. Das dachte ich. Aber tatsächlich ist es irgendwie so, dass das dann immer, sich immer weiter verbreitet hat. Und mittlerweile genießt man quasi das Live-Tracking und Live-Streams auf Facebook und YouTube aus von den entlegensten Orten der Welt. Und da frage ich mich dann immer so, warum seid ihr eigentlich dort? Also, ich finde das so eine Frage, die ich diesen Leuten immer gerne stellen würde. Also, warum fahrt ihr eigentlich an diese Orte, wenn ihr dann eigentlich eure komplette Gruppe oder euer komplettes Umfeld virtuell dahin mitnehmt? Ist das nicht irgendwie skurril? Also, gehe ich nicht an so entlegene und vor allen Dingen einsame Orte, um einsam zu sein, um die Einsamkeit zu spüren? Denn Einsamkeit ist ein Gefühl, wenn wir das nicht haben, wenn wir das nie haben, dann ist es eigentlich ein Gefühl, das man gerne mal hat. Das ist so etwas, 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 das bringt einem so ein bisschen Demut auch irgendwo wieder gegenüber dem Umfeld, das man hat. Und das ist doch eigentlich was Schönes, wenn man sich diese Einsamkeit bewusst auch aussetzen kann, weil man sonst immer ein großes Umfeld, ein großes soziales Umfeld genießt. Und dann nehme ich da einfach mein ganzes Umfeld mit hin. Ich finde das irgendwie skurril. Also, mir gibt dieses Live-Tracking irgendwie nichts. Ich kann diesen Trend nicht nachvollziehen. Ich kann schon nachvollziehen, dass man das aus sicherheitstechnischer Sicht argumentieren kann. Klar, wir wollen natürlich so sicher wie möglich unterwegs sein. Und wenn jeder weiß, live, wo ich gerade bin und plötzlich verschwindet mein Signal zum Beispiel oder ich bewege mich nicht mehr weiter, dann ist das natürlich super, weil dann kann ich diese Meldung weitergeben. Das gibt es zum Beispiel bei AutoActive, dieses Body Beacon-System. Da kann man quasi regelmäßig den Standort an jemanden weiterleiten und versenden. Das ist natürlich ein praktisches Feature. Klar, das ist also sicherheitstechnisch. Aber irgendwie nimmt es dem Berg so ein bisschen die Einsamkeit. Plötzlich nehmen wir alle Leute mit ins Gebirge. Und das ist aber auch nur Auswuchs einer technischen Entwicklung. Eine Entwicklung, wo wir soziale Medien oder unsere sozialen Kontakte oder vielleicht auch unsere Community einfach mitnehmen müssen in die Berge. Und das ist irgendwie skurril. Weil Social Media ist auch nichts anderes als eine technische Entwicklung, die nichts mit dem Bergsport zu tun hat, aber die vom Bergsport aufgegriffen wird oder von der Gemeinschaft der Bergsportler aufgegriffen wird und wieder mit in die Berge gebracht wird. So wie es eben der Campingkocher vor 100 Jahren auch aus dem Militär rausgezogen wurde und auch im Bergsport seinen Nutzen fand. Und so findet das Social Media heute auch. Aber teilweise zu sehr abstrusen Zwecken. Und Livestreams vom Gipfel des Mount Everest oder Livestreams vom Gipfel des Großglockners, das finde ich irgendwie absurd. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber persönlich finde ich das sehr skurril. Und dann habe ich mich noch mit einer anderen Frage beschäftigt, die ich mir selber gestellt habe. Ist denn tatsächlich alles notwendig, was wir in den Bergen mithaben? Oder ist es manchmal nicht vielleicht sogar befreiender, sich von ein paar Ausrüstungsgegenständen zu befreien und diese zu Hause zu lassen? Denn manche Gegenstände, ja, die treiben einen dann doch irgendwie. Also man wird sozusagen zum Getriebenen der eigenen Technik. Und das finde ich in den Bergen etwas schade, wenn ich so ein bisschen über diese Uhren nachdenke. Ich verwende sie ja selber gern. Die Pulsuhr, die mir dann auch sagt, wie lange bin ich schon unterwegs, wie viele Höhenmeter habe ich schon zurückgelegt oder wie viel Distanz habe ich schon zurückgelegt, wie weit habe ich es noch, das kann ich mir dann über die Differenz ausrechnen. Das ist natürlich schon super praktisch. Aber ich frage mich manchmal, ob nicht die Leute teilweise etwas getrieben sind durch diese Technik und zu oft auf ihre Uhren schauen und schauen, ob sie jetzt schneller, langsamer oder schnell genug oder ja, wie auch immer sind und sich dann vergleichen mit besten Listen und ihren Verbindungen und Gruppen und Freunden und wie auch immer. Ich persönlich verwende meine Uhr zum Beispiel nie auf Bergtouren, die ich einfach nur mache, weil es schöne Bergtouren sind. Ich verwende meine Uhr gerne auf Trainingstouren, die ich verwende, um fit zu, also die ich tatsächlich nur mache, um fit zu bleiben, um für einen gewissen Berg zu trainieren oder für ein Projekt zu trainieren oder wie auch immer und fürs Laufen verwende ich sie natürlich, auch für Bergläufe, Trailrunning und so weiter. Aber wenn ich weiß, ich mache einen Berg nur für mich, ich mache diesen Berg, weil ich ihn so schön finde oder weil ich mit meiner Partnerin oben stehen möchte oder weil ich die Aussicht von da oben genießen will, dann ist es mir eigentlich vollkommen egal, wie hoch mein Puls ist oder wie lang ich brauche oder wie schnell ich bin oder auf was für einer Höhe ich mich schon befinde, denn ich genieße jeden Moment und jede Minute am Weg nach oben und da stört mich eine Uhr eigentlich nur, denn sie zeigt mir die ganze Zeit, in was für einer Zeit ich liege, wie viele Höhenmeter ich in der letzten Stunde zurückgelegt habe und selbst wenn ich das nicht möchte, fange ich an irgendwie unbewusst zu vergleichen. Ich werde plötzlich schneller, langsamer, wie auch immer. Da muss ich dann sagen, ich bin dann ein Freund davon, die Technik zu reduzieren und zu sagen, nein, heute bleibt die Uhr zu Hause. Das Smartphone, das kommt zwar mit aus Sicherheitsgründen, aber das bleibt im Rucksack. Ich habe auch nie Kopfhörer mit, also am Berg sowieso, bitte niemals Kopfhörer mitnehmen. Ich weiß nicht, wozu die Leute in die Berge gehen, wenn sie sich dann mit Musik oder Hörbüchern ablenken müssen. Also ich gehe in die Berge, um mich den Bergen auszusetzen und nicht in die Berge, um die Berge dann so mühsam zu finden, dass ich mich davon ablenke. Das finde ich irgendwie auch so eine Absurdität, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Wenn es euch gefällt und wenn ihr sagt, ihr habt daran Spaß, dann freut mich das natürlich. Ich sage nur, für mich wäre das nichts. Also mit Musik in die Berge gehen und dann mich irgendwelchen Beats per Minute zu stellen und versuchen, diese zu toppen, das finde ich eine absurde Entwicklung, die auch durch den technischen Fortschritt passiert ist. Das heißt, technischer Fortschritt, den kann man nicht nur positiv sehen, den kann man durchaus auch negativ sehen. Zumindest sehe ich manche technischen Entwicklungen als negativ. Dass Technologie natürlich im Sinne der Sicherheit viele, viele Vorteile bietet, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich glaube, das ist jedem klar. Die Technologie und der technologische Fortschritt hat in den 50ern, 60ern, 70ern, 80ern und den 90ern unfassbare Entwicklungen beim Thema Sicherheit vollzogen. Ganz automatisch. Und das ist etwas ganz, ganz Grandioses. Wenn ich da zum Beispiel an LVS-Geräte, Lawinenrucksäcke mit Airbag-Systemen denke, dann ist das natürlich was absolut Großartiges, dass es diese Entwicklungen gibt. Und ich möchte mit keinem Wort und mit keiner Silbe sagen, dass ich nicht möchte, dass es solche Dinge gibt. Ich möchte nur sagen, dass ich jede einzelne technische Entwicklung vielleicht etwas hinterfragen sollte, ob sie mir nicht in den Bergen vielleicht auch irgendwas wieder wegnimmt. Zum Beispiel die Freiheit. Die Freiheit, so schnell und so langsam zu gehen, wie ich möchte. Die Freiheit, nicht an meine Zeit denken zu müssen. Und die Freiheit, nicht einem Hörbuch zuzuhören oder einer Musik mit ganz bestimmten Beats per Minutes oder wie auch immer, sondern einfach nur die Berge zu genießen, ganz ohne eine technische Einschränkung oder eine technische Beeinflussung, sagen wir es mal so. Das ist die einzige Frage, die ich der Meinung bin, dass man sich vielleicht öfter mal stellen sollte. Beeinflusst mich diese Technik, die ich da einsetze, eigentlich auch im Negativen oder nur im Positiven? Und das sollte jeder für sich selber entscheiden. Und wenn jemand der Meinung ist, das LVS-Gerät schränkt mich in meiner, es ist eine negative Sicherheitsentwicklung oder eine negative technische Entwicklung für mich, dann kann er es ja auch zu Hause lassen. Das spreche ich ja niemandem ab. Ich bin der Meinung, LVS-Geräte, Lawinenrucksäcke, Sonden etc., das sind alles ganz, ganz tolle Entwicklungen im Bergsport, die großartige Effekte auf unsere Sicherheit haben. Und ich bin froh, dass es sie gibt und ich bin froh, dass ich sie habe. Und deswegen solche Dinge kann ich nur uneingeschränkt empfehlen. Aber trotzdem kann man sich die Frage stellen, brauche ich das immer, will ich das immer? Und gerade in diesem Bereich Tracking und Live-Tracking und Live-Streaming, da bin ich der Meinung, da gibt es fast keine positiven Aspekte dahinter. Oder zumindest nur sehr, sehr wenige. Denn selbst wenn dieses Notfall-Argument jetzt mal, lassen wir das mal zählen, dann kann ich ja immer noch sagen, naja, aber dafür muss ich doch nicht live sein. Wenn ich im Notfall Hilfe brauche, dann kann ich ja über mein GPS-Gerät einfach meinen aktuellen Standort bestimmen und dann der Bergrettung zum Beispiel durchgeben. Das reicht doch eigentlich vollkommen. Denn wenn ich, und wenn ich dieses Signal nicht mehr habe, dann habe ich ja mein Livestream-Signal auch nicht. Dann ist das doch genauso weg und sinnlos. Also insofern, naja, verstehe ich nicht so ganz. Also es gibt halt technische Entwicklungen, die sehe ich etwas kritischer. Und es gibt technische Entwicklungen, über die würde ich kein zweites Mal nachdenken. Und die habe ich immer dabei. Biwaksack zum Beispiel. Oder auch viele medizinische Ausrüstungsgegenstände. Viel im Bereich der Lawinensicherheit zum Beispiel. Da würde ich kein zweites Mal drüber nachdenken. Aber das bleibt jedem selbst überlassen, das zu beurteilen. Und zuletzt, finde ich, sollte man sich die Frage stellen, während technischer Fortschritt vielleicht zum Einschränken der eigenen Freiheit oder zum Einschränken der Erfahrung in den Bergen führen kann, sollte man vielleicht auch überlegen, ob der technische Fortschritt auch zu Leichtsinn führen kann. Denn da denke ich irgendwie auch gerne an das Thema LVS-Geräte und vor allen Dingen diese Airbag-Rucksäcke, die ja sehr umstritten sind. Kann dieser technische Fortschritt zu zusätzlichem Leichtsinn führen in den Alpen? Ich finde, das ist eine Frage, wenn ihr das so seht oder eben nicht so seht. Ganz spannend. Ich würde gerne eure Meinung dazu hören. Ich finde diese Frage aber spannend, denn gerade diese Airbag-Rucksäcke, die sind oft bei Lawinenunfallopfern zu finden, die in sehr, sehr schwierigen Situationen Abfahrten gemacht haben, bei sehr schlechten Umständen oder sehr schlechten Umständen Abfahrten gemacht haben, wo dann eine Lawine abging und der Lawinenrucksack hat sie nicht gerettet. Und man könnte diese sehr umstrittene These aufstellen, dass man sagt, der hätte das vielleicht nicht gemacht, wenn er nicht geglaubt hätte, dass ihn der Lawinenrucksack, dieser Airbag-Rucksack rettet. Und das ist eine valide These und ich bin der Meinung, darüber sollte man diskutieren und ich glaube, es gibt da kein Ja, so ist es und Nein, so ist es nicht, denn wir können das Opfer nicht mehr fragen. Oder wir können die Opfer im Allgemeinen nicht mehr fragen. Aber es kann schon durchaus sein, dass dem so ist und dass viele Freerider durchaus mit einer zusätzlichen Versicherung lieber in eine brenzlige oder grenzwertige Situation einsteigen als ohne. Aber da muss man sich halt die Frage stellen, wo endet denn diese These, wo endet denn dieser Gedankengang, dass zusätzliche Sicherheit uns zu Leichtsinn bringt. Also bringt uns ein LVS-Gerät auch schon zu Leichtsinn? Das glaube ich persönlich zum Beispiel nicht. Aber andere könnten natürlich wieder sagen, doch, weil durch das LVS-Gerät habe ich immer das Gefühl, dass mich irgendwer ausbuddelt und findet. Aber ich glaube, dass das LVS-Gerät da einen Spagat schafft zwischen dem Gefühl, einem gewissen Sicherheit zu vermitteln und trotzdem dem nötigen Respekt und dem Wissen, dass es in der Regel nicht immer perfekt ausgeht, so ein Szenario, auch wenn man mit LVS-Gerät verschüttet ist. Deswegen glaube ich, ist es ein bisschen was anderes wie mit dem Airbag-Rucksack, der ja wirklich vermittelt, so passiert euch nichts mehr. Das finde ich ganz gefährlich. Und ich finde, dass es auch abseits von Lawinen jetzt natürlich die Möglichkeit gibt, über sowas nachzudenken. Denn der Leichtsinn durch den technischen Fortschritt, den findet man zum Beispiel ja auch beim Klettern. Also wenn eine Route sehr, sehr viele Bohrhaken zum Beispiel hat und sehr, sehr gut abgesichert ist, dann ist man vielleicht eher mal dazu verleitet, dass man in eine deutlich zu schwere Route einsteigt, weil man sich immer denkt, naja, ist ja eh gut abgesichert, kann ja eh nichts passieren. Und dann passiert vielleicht doch mal was. Also ich glaube, das ist nicht nur ein Thema für den Wintersport und für Freerider, sondern das ist ein Thema, das uns in jedem Bereich des Bergsports begleitet. Da könnte man ruhig mal darüber nachdenken, ob gewisse technische Erleichterungen, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten uns angeschafft haben, nicht vielleicht dazu geführt haben, dass wir uns auf einmal mehr trauen. Und das finde ich, diesen Gedanken sollte man oder diese Frage sollte man sich schon stellen, hat ein Gegenstand oder hat meine Ausrüstung, die ich mithabe, dazu geführt in den letzten Jahren, dass ich einfach so, einfach so, nur weil ich mir dieses Ding zugelegt habe, plötzlich mehr mache oder schwierigere Sachen oder gefährlichere Sachen mache, als in der Zeit, bevor ich diesen Ausrüstungsgegenstand hatte. Nicht, dass das schlecht ist. Ich sage nur, dass wir uns diese Frage stellen sollten, um ein gewisses Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass technische Ausrüstung durchaus einen großen Wert im Bergsport hat und dass technische Ausrüstung auch dazu beiträgt, dass wir unsere Entscheidungen am Berg ganz unbewusst manchmal sogar verändern. Und deswegen werfe ich dem Freerider, der mit dem Airbag-Rucksack verunfallt, auch gar nicht vor, dass er das getan hat, sondern ich glaube sogar, dass es den meisten einfach gar nicht so bewusst ist, dass sich da im Unterbewusstsein etwas ändert und in der Wahrnehmung etwas ändert. Die Situationen werden einfach ganz anders wahrgenommen, wenn die Parameter dafür, aber vor allen Dingen eben die eigenen Voraussetzungen einfach andere sind und sie werden dadurch geändert, dass wir eine andere Ausrüstung mit uns führen. Insofern finde ich diese Frage ganz valide und finde diesen Punkt auch ganz spannend. Und mit diesem spannenden Punkt und mit dieser Frage und mit dieser kontroversen Debatte, wie so oft in diesem Podcast, lasse ich euch jetzt darüber in Ruhe nachdenken. Wie gesagt, schreibt mir gerne, gerne, gerne eure Meinung und eure Kommentare dazu in die YouTube-Kommentare oder an kontakt at alpenacademy.at Da melde ich mich auch sehr gerne zurück und greife das, wenn ihr wollt, auch gerne mal in einem Podcast auf. Wie immer wünsche ich euch bis zum nächsten Mal eine wunderschöne Zeit. Passt auf euch auf und bergheil!